Hey Leute, du bist draußen und willkommen zurück zu The Walking Dead. Äh, ja. Achso. Da ist ein Schiff drüber. Ich würde es drüber holen. Es könnte es geben. Das Schiff, nur ein regularer Glas. Ich wollte doch auch das Teil hier verarschen. Der Weg raus ist drüber, Clem. Ich weiß. Naja. Jetzt nehmen Sie diesen scheiß Stuhl und... Alter, verarschen. Da ist ein Stuhl drüber. Keep pulling. Ich gebe... Hä? Wendow, nur ein regularer Glas. Wir holen dich in da. Nichts Worte. Du machst gut. Es ist ein Baseballballbacher hinter dem Counterclem. Du kannst das benutzen. Ich hätte gedacht, die nimmt den Stuhl, schiebt ihn da zu dieser... äh... Schiebt ihn halt hier davor, nimmt das Ding und schlägt's ein. Naja, dann halt nicht. Okay. Schau dir auf die Bremse. Gut. Don't be afraid of him, honey. You're smart. Who is it? You're smarter than all of them. Grab the chancel. Use it to reach in to the lock. Open it. Dann gehen wir mal rein, ja. He's, he's trapped. Super easy, then. He's got keys. Probably to that door. Everything you'll need. The headcub is on the ground. Get them. Okay, Lee. H-ohh. H-h-h-h-h! H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Ah-h-h-h-h-h-h! Achso, wie sollen sie jetzt hier, was soll sie jetzt da festmachen? H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Oh... Oh, er hat dann gehört... Du musst gleich zu den Kühn, du kannst ihn dann so töten. Ich weiß nicht, Lee! Lee! Haha, nice. Pyrus? Pyrus? Es ist... Nee. Ja! Jawohl, komm, voll um! Ah! Echt jetzt? Das ist halt auf mich gefallen und nicht auf den Zombie! Nein! Und noch mal! Und noch eins! 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 Ich habe es geschafft! Nicht schlecht! Und noch eins! Muss ich das jetzt echt machen? Und noch eins! Hey! Und noch eins! Und noch eins! Bitte! Bitte nicht sein! Bitte nicht sein! Bitte nicht ein walker! Es ist nur eine Sache, die du kannst. Du wirst das! Und noch eins! Ich weiß nicht, ob ich kann. Du kannst mich verlassen. Es ist okay. Du bist so wie sie. Es ist okay. Es ist okay. Es wird mir nicht sein. Bitte! Es ist Zeit zu gehen. Du musst hier rauskommen. Du kannst mit mir kommen. Nein, honey. Ich kann nicht. Es ist okay. Bitte! Du musst jetzt gehen. Vielleicht... Vielleicht... Vielleicht ich nicht darfst. Ich möchte nicht das machen. Du musst dich sagen. Du musst das machen. Du musst den Ballen. Ich gehe nicht hin. Du musst immer denken, was du brauchen kannst. Dachte mal. Meine erste Tage, die wir uns mitgekommen. Du remember? Ja, ich bin. Wenn ich rauskriebe, die Glynn-Glynn. I met a girl. She'd been bitten, too. All she wanted was to not come back as a walker. I couldn't bring myself to give her the gun. I didn't want to see death then. I know we've seen so much of it. But you shouldn't have to see it now. I'll go. I'll leave you. I'll go as fast as I can. And as safe as you can. Always be safe. Find Tomeed and Krista. They're looking for a boat. Find them. They'll take good care of you. And Clem. Keep that hair short. I will. I'll cut it myself. Great. Good. And also... What? What is it? No. Don't worry. All right. You'll be okay. You'll be okay. Don't go! Don't go! Okay, da ist Lino gestorben. Und das war's? So ein offener Sender? Echt jetzt? Echt jetzt? Was ist mit... Warte, geht's noch weiter. Ja, erstmal abwarten. Echt jetzt? Das war's schon. Remove, please. Na gut, ich geh erstmal die Statistiken durch. Also 71% haben auch den Arm abgetrennt. Ähm... Wo was ist das? Achso, das war oben. Äh, glaub ich, oder? Wo ich... Hm... Na... Ich glaub die Statue da in die Wand gehauen hab. Gave us weapons. Gave us weapons. Capture weapons. Äh... Was war das jetzt? Achso, das war jetzt hier. Hm... Wo wir da lügen sollen, also wo wir unsere Waffen da ablegen sollten. Okay, 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 okay. 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 Wusste ich gar nicht. Ja, und 96% äh... Waren auch der Meinung oder haben... Das gewählt, dass... Äh... Liya jetzt mal leben soll. Ja, leben. Sich verwandeln soll. Also auch nicht abgeschossen werden soll. Gut. Machen wir mal continue. Was haben wir hier jetzt für Stats? Was ich ihnen alles gesagt hab. Also Kenny hab ich alles gesagt. Äh... Die Frau weiß ich gar nicht mehr wie die hieß. Der Vater, Larry glaub ich. Habe ich auch nur 2 gemacht von 4. Möglichkeiten anscheinend. Äh... Lily... Habe ich auch nur 3 von 4. Und Omid... Nur 2 von 4. Ah, es kommt noch mehr, okay. She was killed by Lily. Hm. Okay, relativ kurze Credits hier. Finde ich ja gut so. Oh! Oh! Es geht doch weiter! Oh nein! Nein! Wer? Ich hab so ne böse Vorahnung. Ich hab so. 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 Was das so okay gelaufen ist. Gut Leute, das war's von meinem Playthrough von hier, The Walking Dead. Von dem Originalspiel. Ähm, sobald. Ich kann's ja mal kurz zeigen. Download Content. Bam 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 bam. Na, lade lade lade. Da unten ist Special Episode. 400 Days. Ähm, werde ich auch spielen. Mal gespannt wie das dann sein wird. und ob es vielleicht von den grafischen Aspekten vielleicht ein bisschen besser wird, von den Gesichtsanimationen, weil meistens, ja, nicht so gut gewesen, die Augen sind manchmal dann, oder überhaupt die Gesichtsexpressionen, die sahen dann ganz komisch aus. Ja, gut, das war's jetzt von dieser Episode und man sieht es dann in irgendeinem anderen Video.